Hallo und herzlich willkommen bei PannenTV. Ja ich wollte euch nun mal zeigen wie ich ja im Endeffekt so ein bisschen aus einer Sniperposition einen Mitspieler gekillt habe. Ja und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei erst mal. Ja und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020